so hi leute hier wieder bei two funny cinema die nächste runde ncp dieses mal dieses pro call ich muss dazu sagen dass ich dieses spiel noch nie oder diese also den modi noch nie gespielt habe und bei mir schaut wieder ein gast da ja gut also dann spielen wir mal so wie gesagt ich habe diese gute idee okay ich weiß schon was da ist das ist wahrscheinlich sowas wie hardcore du sie hat jetzt nicht so offene visierung heißt du musst halt dann ganz einfach ohne oder du musst halt anzieht anvisieren um zu schießen okay du hast es auch gesehen oder dass er sich dahin gespawnt hat okay also wenn es so weiter geht da kommt extra inkompetenz rein also so etwas schlechtes schon liegt man nicht mehr die erste runde oder so also inkompetenz auf jeden fall einmal rein ja wahrscheinlich das habe ich fast vergessen ich guck sie mir gerade noch mal durch dann zähl ich da wie freckst du musst erst mal einspielen inkompetenz rein minimieren das geht gar nicht durch kann mich nicht mehr wirklich bewegen okay das ist ja der witz daran ich bin im boot ah geil zu wenig punkte du aber da mir zeigt es nicht mal mehr die punkte an das ist so hardcore modus das ist gar nicht okay und jetzt habe ich keine munition mehr nein warum hast du auch schon alles verschossen du ich würde mal sagen ich nehme lieber die shotgun ich glaube nämlich mit der shotgun ist dann einfacher und die mögen vielleicht das schrot aber nur vielleicht gell es ist leckerlich für die natürlich schmeckt dir richtig gut was auch sonst hallo und nicht genug geld ist es schnärftig ohne punkte so eine geld anzeige da unten der hat sich aber gerade richtig gefallen lassen du hast auch gesehen dann eben schmecker lassen dann eben schmecker lassen aber gerade ordentlich fps haben wir wieder mal gehabt gerade eben 400 ich finde lustig wie das spiel schwankt zwischen 300 und dann plötzlich mal 800 jaja gerade eben war es sogar auf 200 mal naja es reicht trotzdem völlig aber trotzdem ja ich fand es nur witzig 400 und auf einmal sind wir auf 200 wie das war jetzt der war wohl auch doof bisschen ja minimal ganz wenig gut da hattest ein headshot daneben mache ich jetzt keine headshots mehr da muss inkompetenz rein wieso so einfach mal so zum spaß sagen da kommt inkompetenz rein der war debat ich liebe schrot in dem spiel es ist einfach so witzig mit schrot da das ist genial mit schrot in dem spiel ja aber nur in dem spiel call of duty ne dange natürlich kein geld oh speedcaller aber dafür braucht man ja den strom erstmal um den strom einzuschalten müssen wir die nächste tür aufmachen also ja diese karte haben wir schon mal gespielt oh scheiße das war inkompetenz inkompetenz nooo ma keine inkompetenz der ist inkompetent der war inkompetent der zombie so haben wir uns mal kurz munition geholt ah das lass ich mir doch gefallen hier aber netter car steht verringert deshalb lass ich es mir ja gefallen noch knapp 13 minuten dann musst du einmal verringert dass ihr car steht da ist nein sicherlich nicht ja strom und man kein stromschlag kriegt und bischeeh ja wer will ich inkompetenz einspieler können ne wieder nichts ich will die waffe das ist das schlimme dieses zu spieler da hast du keinen spaß dabei wirst du nicht einmal verreckt hier 7 minuten 8 minuten haben wir schon nur nicht einmal verreckt ne und dann noch so gut spieler ich glaube im hardcore modus bin ich gerade besser als im normalen das ist traurig das ist richtig traurig das ist richtig traurig irgendwie schon ja also ich bin zu spieler du was ich gib mal die waffe hier die ist nicht gut die ist nicht gut die ist nicht gut nein nein das kommt mir nur so vor oder nein das ist klumpf so wie sie jetzt kann ich wegkehren echt sicher das seh ich aber nicht ganz du hast gesehen wie sie gewackelt hat lad mal nochmal nach wie sie es mir wackelt wie die gummibeer irgendwie schon ja aber das ist das ganze spiel so dumm geil es macht zwar fun aber es ist so dumm wenn es mal so sagen kannst das sieht geil aus ja irgendwie schon der nachteil ist du siehst halt einfach gar keine anzeige nicht mal munition doch ja fps das wichtigste siehst oey neue waffen wie nicht genug geld was soll das scheiß ich will die richtige schrot ich will die richtige schrot die ist viel witziger yay ohne witz ich bin im hardcore modus um einiges besser das ist richtig traurig warum keine ahnung mir selber auch nicht ich find's halt witzig ja ich find's so schade dass ich die gummibeer einspielen kann du das kannst bestimmt irgendwann noch du hast du die waffe finde ich jetzt irgendwie nicht so klumpf wie du gemeint hast ach scheiße also wo ich die gespielt habe war die scheiße natürlich hat der nicht nachgeladen jetzt dumm halt das ist richtig traurig einfach nur ohne witz einfach mal im hardcore modus besser als sonst irgendwie oh ich glaub der wohl fühlst du dich nicht schlecht wenn du dich einfach so abschiehst ne ich hab da kein schlechtes gewissen hallo hinter dir also der ist immer richtig dumm gewesen oder das zeichen auf der rechten auf dem rechten aussieht zeigt alle das ist schon nervig hier ok ich darf leider zu viel für scherzer hm 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 ach dieses witzige geräusch gerade blöd dass du das nicht hören kannst doch doch ich hab's gehört echt was du hast wahrscheinlich wieder deine inkompetenz gehört ja oh god du wieder mit deiner scheiß inkompetenz jetzt hast du mich auf die idee gebracht das wird geil hm hm nehmen wir mal einen schluck wow was ist so witzig du hast du ich finde es da depp ich muss nur an meine idee denken was heute da reinkommt was kommt denn da rein hab ich gedacht ach da kommt wieder über alles inkompetenz oder ne ne oh ne jetzt kommen wieder die decke alle ich weiß genau wir sind jetzt runde 6 und jetzt kommen die ganzen scheiß hunde da ja der hat so verriss er das nichts mehr gsehren haha scheiß und von von okay ronde überstanden wir haben die vergessen die musik anzumachen passt doch schon hätte mitnehmen können passt schon das die können das bestimmt auch ohne musik Wieso lassen die sich das eigentlich alle so gefallen? Mal ganz ehrlich, die lassen sich aber alle irgendwie alles gefallen. Was steht da oben drauf? Boah. Secret. Okay. Und warum? Was bringt das da oben nach? Da liest ja keiner. Du bist ja schön, nachschreibe das Lied. Kapier ich auch nicht. Aber ich glaub, das muss ich auch nicht kapieren. Ja, ich glaub, der Zombie weiß gerade nicht, vielleicht hat er es auch doch gewusst. Scheiße, steht der auf einmal... Schon wieder traurig, keine Inkompetenz. Auf einmal steht der scheiß Zombie einfach mal neben mir. Das ist ja wirklich traurig, hey. Jetzt haben sich alle auf dein... Inkompetenz gefreut. Ist ja auch so schön anzuhören, gell? Da freut sich jeder drauf, das ist ja klar. Ja, wer... Wer will das nicht gerne hören, wie du da einfach nur sagst, Inkompetenz, hä? Klar, gerne. Du bekämpfst dich sogar mit Gummiwaffe. Oh, fuck. Mann. Mann, schon wieder keine Inkompetenz. Doch, klar, da kannst du Inkompetenz reinhauen. Nö. Doch, klar, hallo, ich hab die... Oh, du bist nicht frei. Du bist ja langsam, was echt spät ist. Du kannst nicht Inkompetenz. Gott, also der Hardcore-Modus, muss ich sagen, der gefällt mir bis jetzt am besten. Aber da bin ich auch irgendwie grad gar nicht schlecht. Der erste war am besten, er war dreimal Inkompetenz. Das war gut. Ah, ja, so, ich, ich, ist so, ich lass mir das irgendwie gefallen. Oh, was sind wir da? Wenn da noch eins weitergeht, hier, da ist ne richtig geile Maschine. Das ist die beste, wo's da drin gibt. Das ist die beste Maschine, wo's da drin gibt. Aber da brauchst du gescheite Waffe, am besten die Schrot. Am besten die Schrot, wo's sechs Maschinen. Die hab ich grad weggebe. Dann nimm die. Warum, was kann die? Ich muss ausprobieren. Nimm einfach mal irgendeinen Waffe, ist egal. Zum zeigen, zum zeigen. Geistes Ding ever. Du, ich brauch dafür erst mal das Geld. Hast ich kein 5.000? Nee. Traurig, die Welt. Ja, eben, weißt du, ich trag mal so kurz 5.000 mit mir in der Tasche rum. Naja. Wenn du einfach Geld machen könntest und einfach mal ein paar Frischierster, dann wär's toll. Ja, dann wär aber auch die Welt schnell ausgelöscht, weil einfach jeder jeden töten würde. Aber was wirklich traurig ist, ist das, dass irgendwie ich einen Zombie zwar irgendwo höre, aber nirgends ist einer. Gut. Da. Da. War einer. Ich glaub, aber... Ich glaub, aber... Jetzt hat... Geht doch. Hab schon gedacht gehabt, dass irgendwas da nicht stimmen kann. Ähm, welche Waffe soll ich zum Vorführen nehmen? Die da, oder die da? Ja, scheißegal, einfach mal eine hin. Die am besten. Gut, mach mo. Ich sag's dir, geilste. Ich hab das mit der Schrot gemacht. Ich hab das mit der... sechs Schuss Schrot gemacht. Geilstes. Bestes, was machen kannst. Warum? Was passiert? Musst testen. Ich steh überhaupt auf einmal weg, oder? Na, echt. Das war geil. Okay. Wenn du's nicht gesagt hast, dass du noch bist, dann sag ich's. Ja, ja, aber... Das kriegt man schon nur hin, 5000. Ja, ich hoff's. Oh, das Ding, dann kann ich wieder was machen. Du erzählst dir nach der Aufnahme, was da reinkommt. Äh, ja. Fest, das sag ich dir. Oh, fuck. Jetzt hätte ich auch grad die falsche Waffe genommen. Das heißt, es ist sogar teilweise gut, dass das nicht ging. Hauptsatz und Zeichen, ist egal. Ach, jetzt hat der Depp das auch noch überlebt. Das ging ja gar nicht. Aber die Waffe, die lass ich mir grad richtig gefallen, irgendwie. Weil irgendwie kann die schnell töten. Und ist irgendwie auch richtig witzig damit, Tom. Baaah. Die scheiß Zombies zu töten. Und die ist auch aus Gummi. Das ist jede Waffe. Das ist richtig geil. Das ist mir aber vor... Bevor du es gesagt hast, das ist mir noch nie aufgefallen. Mir auch noch nicht eben. Das ist mir grad eben aufgefallen. Ja, echt so. Aber das ist so geil. Wer weiß, vielleicht sind die Waffen auch nur in Hardcore-Modus als Gummi. Das glaub ich jetzt nicht. Ja, komisch. Probier's mal nochmal. So. Gang man ab. Äh. Ja, weißt du, ich hab Munition gebraucht. Das war wichtiger. Nein. Doch. Nein. Die Zombies können ja jetzt noch dran... Ähm. Es sind ja immer noch Zombies zum Schnetzeln da. Ich schätz mal, ja? Oder wie nennst du das, was da gerade gelaufen ist? Hä? Wie nennst du das? Essen. Essen. Zombies. Zombies sind Essen. Voll geil, oder? Genau, der Lass. Ja. Leck mich doch am Zückerli he. Das geht doch nicht. Ja, komm. Macht halt schneller. Ich hab frei netter ganze Tag Zeit, gell? Und das war von der Runde gerade der letzte Zombie. Ja, das müssen wir auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen das schaffen. Also ich muss die 5000 schnell machen. Egal, wir haben ja schon zwei oder drei Minuten aufgenommen, so. Ja, eben. Wo das irgendwie angefangen haben. Von dem her kann man schon noch ein bisschen überziehen. Und wenn's ein bisschen länger wird... Das muss durchzogen werden. Das wird gnadenlos durchgezogen. Okay, gerade gepackt, dass ich nicht mehr aus dem Zielmodus rausgekommen bin. Nix back. Inkompetenz. Inkompetenz. Vom Spiel vielleicht. Ja, aber nicht von mir. Oh, der Mann. Das ist der Blitz. Wer? Der Zombie. Ah, okay. Ach, der ist ja verreckt. Oder wenn der da unten gesprungen ist. Oder wo ist der hin? Keine Ahnung, hab ich mir auch gedacht gehabt, aber... Ganz einfach. Ebay. Da ist nichts passiert. Wir gehen mal hin. Jetzt kommt ein bisschen Keks. Und jetzt nimm die Waffe wieder. Schnell. Genial, oder? Irgendwie lass ich mir die gerade gefallen, ja? Ich weiß nicht, ob man es beim Derb so merkt. Ich glaube, der ist rot. Geil. Du kennst schon, wenn du gestorben bist und du legst, da hast du eine kleine Waffe. So ist sie jetzt. Die kam ja in der ersten Folge, glaube, kam die da dran. Ja. Und so ist die Waffe jetzt. Die tötet gerade auf einen Schuss einfach nur. Nicht nur. Jetzt. Dauerhaft. Ja. Ja, aber jetzt gerade tötet es auch aus dem Grund auf mit einem Schuss... Und jetzt sieht der Gummieffekt sogar noch besser aus. Irgendwie schon, ja? Vor allem, die klingt jetzt auch irgendwie viel witziger, habe ich das Gefühl, oder kommt mir das nur so vor? Kann sein, ja. Ich höre. Ich höre zwar nichts wirklich was, aber trotzdem. Was ist das für eine Maschine? Habe ich nur nicht ausprobiert. Ja, die klingt auf jeden Fall anders. Die ist auf... Auf keinen Fall ist es einfach so. Die klang da vorne nicht so. Aber ich kann ja mal gucken, was die kostet. Die kannst du jetzt nicht nochmal aufbessern, gell? Du kannst nur einmal aufbessern. Ja, ich mein... Ich mein jetzt nicht die Waffe aufzubessern, sondern die andere. Ja, hol dir am besten noch die Schrotze. Das ist die beste Waffe, wo du so aufbessern kannst. Das ist geil. Nein. Doch. Ich will keine Schrotze nehmen. Gerade gar keinen Bock auf eine Schrotze. Jetzt schau mal nach dem Automat. Was ist das? Okay. Irgendein... Also, es ist halt auch jetzt nichts angezeigt. Das ist dumm jetzt zum Test, glaube ich. Du, das ist schon egal. Das zieh mir einfach durch. Gnadenlos. Hauptsache, ich hoffe, mehr brauchst du nicht wissen. Eben. Ich hoffe, wir haben nochmal 5000, weil dann mach ich die... Ja, genau. Weißt schon, wie vorher gefarmt hast. Genau, jetzt 5000. Du, als ich damals das Spiel angezockt habe, weißt du noch. Ich glaube, wir machen jetzt mal dann hier langsam Schluss. Es kommt dann noch eine Folge. Kannst du sagen. Du wirst es besser machen. Ja, es kommt halt dann jetzt noch die letzte Folge, so wie schon gesagt. Da danach. Und dann... Und? Was wollte ich noch sagen? Wenn die Mikroqualität jetzt noch ein bisschen scheiße ist, das wird sich bald ändern. Ja. Warten, ich pläts aber nochmal ein. Ja. Gut. Dann bis zur nächsten Folge und ciao. Ich wollte auch noch was sagen. Was ist das für ein Scheißdreck? Ja, das läuft ja noch. Ciao. Ja, das läuft ja noch. Musik